Mac OS 14, ich meine, es hat offensichtlich ganz tolle Kamera-Effekte. Ich meine, kann mir mal jemand sagen, wo man das ausstellt? Sollte man nicht. Ich habe jetzt gerade versucht, das zu finden und ich wollte jetzt die Videoaufnahmen nicht unterbrechen, aber kann es sein, dass man das in FaceTime ausstellen muss? Nee, im Control Center wahrscheinlich. Nee, im Control Center sehe ich es nicht. Ich sehe da bei meinem alten Schalter für Video-Effekts und das ist doch ein Video-Effekt, oder? Ja, aber beim neuen sehe ich keine Video-Effekte. Aber das wäre lustig, wenn das nur in FaceTime ginge und dann die ganzen Business-Zoom-Call-Leute da rumhängen und das nicht finden, weil die Einstellung, also eine Systemeinstellung ist die, glaube ich, nicht. Reactions heißen die ja offiziell. Also ich habe gleich am ersten Tag natürlich zwei Minuten, nachdem das Update draußen war, geupdatet und bin sehr beeindruckt, dass so wenig passiert, also so wenig Neues dazugekommen ist. Also es gibt ja irgendwie einige Änderungen, was ganz nett ist, einfach mit Wallpapers, aber alles funktioniert einfach genauso, muss ich sagen. Also es ist völlig okay für mich, das Update. Nichts ist irgendwie, glaube ich, gebrochen. Also die ganzen Updates der Ups sind natürlich irgendwie reingelaufen und da gab es sicherlich einige paar Zugriffsdialoge und Berechtigungen etc., aber es ist nichts kaputt gegangen. Auch der Podcast hier scheint auch zu laufen. Die Spezial-Ups, die man hier verwendet, das Final Cut-Update, der war da. Also ich meine, es sind eigentlich die beste Art und Weise, sowas geupdatet zu bekommen. Ich kann nicht mehr berichten, als dass alles läuft irgendwie. Ich wäre nur interessiert an dem Update, damit ich die neue Firmware in meinem Studio-Display werden bekomme. Ah, ich kann dir sagen. Die wird ein Hit, die neue Firmware. Völlig egal. Das kann ich dir versprechen, dass die alles ändert. Völlig wurscht. Völlig wurscht. Alles egal. Ja, tatsächlich benutze ich die Kamera in dem Ding auch so gut wie gar nicht, aber vielleicht haben sie irgendwas anderes auch noch geändert. Ich weiß nicht, ob es nur die Kamera ist und sie sagen auch nichts, glaube ich, was da drin ist. Oder? Ja, ja, manuell, ich habe nur gelesen, dass du manuell irgendwie ein bisschen besser eingreifen kannst in die Kamera, aber das ist… Ja, das kannst du, glaube ich, noch ein bisschen nachjustieren. Aber das macht es auch, glaube ich, unter dem Stich nicht viel besser, ja. Das ist richtig. Es ist, ja, alles, was wir zu der Kamera gesagt haben, steht weiterhin. Und ich meine, wenn du halt perfektes Licht hast und so weiter, ist das keine schlechte Webcam. Aber ansonsten ist es halt auch keine gute Webcam, aber ist okay. Ja. Naja, ich muss mal überlegen, ob ich das auf dem Laptop hier installiere. Ich habe ja auch so ein, zwei Extra-Wurst-Apps, die so ein bisschen pingelig sind, aber kann ich vorher ein Backup ziehen, dann kann ich das wahrscheinlich schon vielleicht riskieren. Ich wäre auch sehr interessiert an diesen animierten Log-Wallpaper-Geschichten, genau. Das wäre natürlich nett. Also im Log-Screen, also einfach im Sperrbildschirm, um mal die iPhone-Sprache zu bemühen, sieht es halt geiler aus, muss ich sagen. Mit der großen Uhrzeit und so ist es ernsthaft schöner geworden. Und das mit den Wallpapers, die sich dann so aus dem Video zu einem Standbild finden, ist nett einfach. Ist einfach eine nette Geschichte. Ja, ja. Aber sind wir jetzt an einem Punkt bei macOS, wo wir so echt nur so zwei kosmetische Mini-Dinger und sonst ist egal so? Ja gut, ich meine, das ist sicher ein Vorwurf, den man erheben kann. Und ich würde aber auch unterm Strich sagen, ich bin in diesem Jahr eigentlich auch eher relativ froh, dass sie gefühlt wenig Dramatisches am Unterbau verändert haben. Und ich meine, was sich jetzt auf Stabilität und insgesamt irgendwie Backfreiheit hin angeht, glaube ich, da müssen wir noch ein bisschen warten, wie sich das, also das wird man erst in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich, irgendwann beurteilen können, wie es dann insgesamt rund, wie rund es dann unterm Strich gelaufen ist. Ich glaube, wo jetzt im Moment halt Leute noch reinrennen, wer halt Mail-Extensions benutzt hat, der muss halt schauen, was da jetzt, oder eben nicht Mail-Extensions, weil die sind ja neu und dann als der Ersatz halt gedacht für das, was bis jetzt diese Plugins waren, die ja relativ freie Hand hatten, in Mail sich auszutoben und das geht halt nicht mehr in der Form. Und da muss man halt jeweils schauen, was das Tool, was man da vielleicht benutzt hat, ob es da halt irgendwie schon eine Extension für gibt und was diese Extension, ob die denselben Funktionsumfang hat, das sind also die, aber ich weiß nicht, wie viele Leute unterm Strich diese Mail-Plugins halt, also erstens musst du dafür natürlich Apple Mail benutzen und musst du es dann halt diese Plugins benutzen. Ich weiß nicht, wie viele da unterm Strich reinrennen. Ansonsten sind es halt einfach, ja, also ich meine, die Lockscreens sind wirklich nett, aber ist natürlich rein optische Geschichte und trotzdem macht es irgendwie, hat irgendwie einen angenehmen, finde ich einen angenehmen Eindruck und das ist auch gar nicht, ich finde es auch okay, dass hier mal wieder ein bisschen was verspielt ist. Also dieser Übergang, das sind solche kleinen Details, die irgendwie natürlich ein Betriebssystem auch durchaus reizvoll machen und dem so ein bisschen Scham geben, den Apple auch in den letzten Jahren immer mal wieder aus den Augen verloren hat und der eigentlich ganz schön ist und der dem Betriebssystem eigentlich auch steht als Zusatz, finde ich. Und Widgets auf dem Schreibtisch finde ich super, muss ich sagen, hätte ich nicht erwartet, dass ich davon angetan bin, aber auch dadurch, dass du die iPhone-Widgets da halt drauflegen kannst, ist für mich da ein ziemlich großer Mehrwert gegeben, diese Widgets halt auch einfach auf dem Mac zu haben, ist einfach ein Punkt mehr, für den ich halt nicht vom Mac aufs iPhone wechseln muss, weil ich habe halt die Widgets dann einfach auch direkt auf dem Mac und das macht es, finde ich, extrem angenehm. Aber hast du das ausgeschaltet, dass er da, wenn du hinklickst auf dem Schreibtisch, dass er dann alle Fenster dir entfernt? Nee, habe ich nicht ausgeschaltet, weil ich es nie durch Zufall mache. Du klickst nie durch Zufall auf den Schreibtisch? Nein, nie durch Zufall. Das ist sehr... Noch nie in meinem Leben habe ich durch Zufall auf den Schreibtisch geklickt. Basti, schreite ein, bitte, bitte. Sprich ein Machtwort. Ich wüsste gar nicht, wie das passieren soll, dass man durch Zufall da drauf geht. Das ist mir völlig unklar. Ich muss leider Leo recht geben. Warum sollte man... Also... Das ergibt keinen Sinn. Die Effekte sind aus. Warum geht der Regen-Regen-Effekt? Jetzt wird abgeschaltet. Also, ich habe nachgeschaut, die Einstellung ist aus dem Control Center rausgeflogen. Du musst FaceTime aufmachen, um es auszuschalten. Business wird sich freuen. Nee, aber um ein Finder-Fenster aufzumachen, musst du doch einmal auf den Desktop klicken und dann ein Finder-Fenster mit Apfel N, ne? Oldschool, aufmachen. Ja, ja, nee, aber du... Hä? Also zum einen, Finder-Fenster machst du mit Apfel N auf. Zum anderen schaltet man auf die Dateien, die auf dem Desktop liegen, die blendet man sich sowieso aus. Richtig, richtig. Die falls right und dann hast du immer einen sauberen Desktop, weil was da wirklich rummelig ist, ist ja grau. Das kann macOS jetzt von alleine. Da gibt es jetzt einen Haken in der Systemeinstellung, nie Icons auf dem Desktop anzeigen. Sehr richtig. Ja, soweit sind es auch hinterhergekommen, dass du gemerkt hast, Leute wollen den Kram nicht sehen. Aber vielleicht auch doch. Also ich mag zum Beispiel meine Dateien durchaus auf dem Desktop sehen, aber ich klicke da nie durch aus Versehen drauf. Aber kann man auch abschalten, muss man halt schauen. Kann man abschalten. Dann ist es sicher super nervend. Aber das war jetzt auch was, was bei mir noch nicht irgendwie als Problem angekommen ist. Ja, ansonsten ist es halt natürlich, also ich meine, ich finde, diese Bildschirmfreigabe, die sie jetzt nochmal neu aufgestellt haben, dass sie die Fenster halt einfach einzeln teilen. Also die Video-Effekte sind ein Desaster. Also außer bei Alex natürlich hervorragend heute in der Sendung. Aber ansonsten, das ist halt echt ein Desaster, dass sie die standardmäßig anhaben. Ich meine, wie viele Leute, wie viele Leute werden verdammt nochmal in irgendeinem dämlichen Business-Meeting, wo dann Herzchen plötzlich auftauchen. Vor allen Dingen gehen sie halt nicht konstant. Ich meine, Herzchen, das kannst du auch nicht machen. Das ist doch schnell dieses dummer Vorbild. Nee, aber come on, wer macht denn ein Business-Meeting denn so? Ich habe eine ernsthafte Business-Unterbreitung für Sie und mache so eine Herzchenform aus irgendeinem Grund. Das kennen wir, ja. Als Business-Castor kann ich das bestätigen. Das ist mal mit dauernd. Ich sage euch, die Leute finden nur nicht, wo man es ausschalten kann. Das ist das Beste. Ja, das kommt dann dazu. Also das ist irgendwie ein relativ großes Desaster. Hast du irgendwann so einen Anwalt, der sagt so, ich bin keine Katze oder so? Ja, ja. Das ist das Beste. Ich hatte es schon vergessen. Das sind ernsthaft die Probleme, in die du mit so einem Kram reinrennst. Also diese Videoreaktion, das geht einfach nicht. Das war so ein schönes Video. Ich meine, iCloud-Password-Extensions ist fantastisch. Also dass du einen Chrome-basierten Browser benutzen kannst und deine iCloud-Passwörter dort haben kannst, ist super. Ernsthaft super. Ja, das ist zum Beispiel ein guter Punkt, weil das ist irgendwie so eine kleine, spezifische und so dermaßen extrem nützliche Neuerung, wenn du halt zum Beispiel Arc benutzt oder welchen Browser auch immer. Und das war ja völlig albern, dass Apple diese iCloud-Passwort-Erweiterung für Chrome angeboten hat bis jetzt und die auf dem Mac einfach nicht verfügbar war. Ich meine, what the fuck? Also Chrome auf Windows. Ja, also ich meine, das ist eine offizielle Erweiterung für Apple, für Chrome, die einfach in Chrome auf dem Mac nicht funktioniert hat. Ich meine, du kannst sagen, ja, wer soll halt keinen Chrome benutzen? Aber ich meine, das ist doch Käse. Also man soll wirklich keinen Chrome mehr benutzen, aber ... Aber du weißt schon, was ich sagen will. Ja, ja, ja. Ja, das hatten wir ja noch nicht angesprochen, diese, wie heißt das, Privacy ... Privacy Enhancement. Ja, genau, Privacy nicht Enhancement. Naja, was wollte ich noch, auf was wollte ich noch raus? Naja, genau, wegen Passkeys und Zeug. Ein Passkey ist mir nicht mitgekommen irgendwie, das war ein bisschen schlecht, den musste ich dann neu einrichten, das ging dann auch. Ich war auch unklar, wieso, was da nicht mitgekommen ist. Also das war einer, den hatte ich angelegt, als es noch nicht Passkey hieß, sondern als das noch WebAuthn-Testzeug irgendwas war, vor iOS 15 vielleicht, ich weiß nicht, das war ein bisschen komisch. Dafür ist der eine Walletpass wieder zurückgekommen. Sehr erfreulich. Komisch, aber naja. Ja, macOS muss ich mal gucken. Ich hatte, ja, insgesamt so eine Baustelle mit macOS für Entwickler ist halt noch, was kann man virtualisieren und was nicht und wie und welche Version kannst du runterladen und es gab irgendwelche, die ganze Zeit gibt es irgendwelche Probleme mit so Backward-Compatibility von SwiftUI-Zeug und auch von, das hatte der James Thompson mit seinem Taschenrechner, dass der nicht mehr auf Big Sur laufen konnte oder so, weil er irgendeine Extra-Wurst von C++ benutzt hat und Big Sur kann man nicht in die VMware reinknallen, das gibt es nicht irgendwie. Ja, solche, solche Scherze. Ja, da gab es eine Kum, naja, gab es so ärgerliche Konstellationen, aber das ist, ja, da rennen dann die Endanwender höchstens rein, die halt irgendwie mit der Software ein Problem haben auf dem alten Betriebssystem, aber das ist ja, genau, also das betrifft zumindest die, die jetzt so nochmal auf ihrem Mac installiert haben, betrifft das nicht, wenn sie keine, nicht als Entwickler da eventuell reinrennen. Ja, also ich würde trotzdem noch ein paar Tage abwarten, bis ich es mir installiere und vielleicht eine Punkt 1 abwarten. Na gut, klar. Aber, ähm. Ja, Punkt 1 kann man, glaube ich, ja. Sieht jetzt nicht so dramatisch aus. Ja, genau, so würde ich es auch sagen, aber klar, also ich meine, wenn du nun mal sicher gehen willst, das gilt ja für iOS auch und für macOS vielleicht zweimal, dann klar, wartet mal 14.1 auf jeden Fall ab, wird ja wahrscheinlich auch im Oktober jetzt dann irgendwann rausfallen, ähm, kann nicht allzu lang mehr, kann nicht allzu weit entfernt sein und insofern. Aber ich hatte jetzt, also, so wie Alex auch schon sagte, also ich bin auch jetzt über keine, keine nennenswerten Probleme gestolpert, außer so ein paar Berechtigungsdialoge, die halt nochmal hochgepoppt sind und die haben sie auch ein bisschen erweitert, glaube ich, nicht, dass du jetzt irgendwie zum Beispiel so Zugriff auf Dateien einräumen musst, die iCloud Drive verwaltet. Da war irgendein neuer Dialog, der mir noch nicht ganz bekannt vorkam und wo ich mir nicht ganz klar war, warum sie den extra nochmal jetzt eingebaut haben, was da der Unterschied sein sollte. Aber so gibt es so ein paar Sachen, die sie da nochmal zusätzlich abfragen. Und wenn der Screen abgegriffen wird von Software, dann wird das jetzt auch eine Anzeige in der Menubar nach sich führen, die du auch nicht wild unterdrücken kannst. Also die, das ist wie das Mikrofonsymbol, was ja so gelb leuchtet, wenn du das in Benutzung hast. Also wenn irgendein App darauf zugreift, bei mir ist es zum Beispiel Luna Display, beispielsweise jetzt hier, oder auch Mumble wird da angezeigt. Also das ist ein Icon, sehr dominant auch in der Menubar, das man auch nicht so einfach rausbekommt. Und es gibt ja doch erstaunlich viele Tools, die aus welchem Grund auch immer das halt machen. Da kann man jetzt darüber diskutieren, halt wie gut ist das per se, aber um manche funktionieren die Bartender. Das ist ja auch so ein Kandidat, der auch eigentlich den Bildschirm abgreifen muss, um da seine Sortiere reinzumachen. Und ich meine auch, ich sehe nämlich gerade, dass ich Bartender ausgeschaltet habe und frage mich gerade, ob das der Fall war. Aber weil es sich genervt hat, dass das Icon, hm? Ob das erlaubt ist, solltest du... Bartender auszuschalten? Ja. In Sonoma vielleicht schon. Hm. Ich weiß nicht mehr, ob ich da mit Bartender reingerannt bin, aber es gab irgendeinen Grund, warum ich Bartender abgeschaltet habe und es könnte sein, dass es auch irgendwie die Berechtigungs, irgendeine Berechtigungsgeschichte wäre. Ja, die haben da einen extra Blogpost zugeschrieben. Ah. Über Mac OS Purple Menubar Item. Und was ist ihr Ausweg? Ähm, die haben eine Option, äh, die du einen ausschalten kannst, aber, aber er schreibt halt im Blogpost, dass du es halt nicht, ähm, unterdrücken kannst, also es nicht unterdrücken ja, äh, kannst und, ähm, genau. Ja. Ähm, also er greift halt Bilder ab, ob, äh, von den Settings und den, äh, den Search-Einstellungen und so weiter, äh, wenn du die ausblenden möchtest und deswegen kommt das dort. Hm. Ich habe auch gleich, also das waren die, ohne zu schauen, was es an neuen Features gab, auch gleich auf Bartender 5 Upgrade gekauft. Also es war auch sehr günstig, muss man sagen, aber Bartender ist schon echt wirklich, wirklich nett und, und, und ich meine, ich hatte auch das Gefühl, dass viele Apps einfach früh dabei waren mit ihren Software-Updates, also, dass die vorbereitet waren und ich meine, du kannst natürlich auf die 14.1 warten, aber was du damit natürlich auch tust, du wartest auf die letzten Apps, die vielleicht noch nicht ihr Update durchhaben und, ähm, das hilft natürlich eventuell dann auch mehr als das System, was dann vielleicht noch Bugs behebt, also wenn deine Software sich da noch anpassen muss. Aber ich hatte so das Gefühl von meiner Software ist da einfach alles mehr oder weniger vorbereitet gewesen, schon vor dem, vor dem eigentlichen System-Update. Hm, okay, gut. Ähm, ja, wenn ihr irgendwie, wenn ihr zu Hause Probleme mit dem macOS seht oder irgendwelche Apps, die nicht gehen, dann sagt mal gerne Bescheid, damit die anderen da nicht auch noch mit reinrennen. Gut. Gut.